In der letzten Lektion haben wir euch erklärt, was den kleinen Einplatinencomputer Calliope Mini ausmacht und wie man ihn ganz einfach mithilfe einer visuellen Programmiersprache im Browser programmieren kann. Heute wollen wir einen Schritt weiter gehen und euch spannende neue Funktionen des kleinen Minicomputers näher bringen. Der Calliope hat bereits einige praktische integrierte Funktionen, mit denen man beispielsweise Helligkeit messen oder Töne abspielen kann. Man kann ihn auch als Kompass verwenden oder auf Bewegungen reagieren lassen. Alle dafür notwendigen Sensoren und Aktoren befinden sich bereits auf dem Calliope als integrierte Bauteile. Wenn man möchte, kann man den Calliope aber auch mit externen Sensoren und Aktoren erweitern. Außerdem gibt es die Möglichkeit, dass mehrere Calliope über Bluetooth miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Dabei kann ein Calliope entweder einen anderen einzelnen Calliope anfunken oder mit mehreren Calliope gleichzeitig kommunizieren. Bestimmt habt ihr euch schon mal gefragt, ob im Kühlschrank das Licht denn wirklich ausgeht, wenn man die Kühlschranktür schließt. Da wir uns natürlich nicht selbst in den Kühlschrank setzen wollen, um dies zu testen, wollen wir heute ein kleines Experiment mit unserem Minicomputer durchführen. Zuallererst müssen wir dafür die beiden Calliope entsprechend programmieren. Wir erstellen das Beispiel wieder mit der Programmierumgebung MakeCode für den Calliope Mini unter der Adresse makecode.calliope.cc. Zunächst stellen wir die Gruppe ein, in der der Calliope seine Messwerte funken soll. Nur Calliope Mini, die sich in der gleichen Gruppe befinden, können untereinander Informationen austauschen. Ein Calliope Mini kann nicht in mehreren Gruppen gleichzeitig senden oder empfangen. Aus der Kategorie Grundlagen nehmen wir den Block beim Start und aus der Kategorie Funk und dann aus der Unterkategorie Mehr den Befehl Setze Gruppe 0. Diesen setzen wir in den Block beim Start hinein. Damit der Calliope dauerhaft die Lichtstärke funkt, wählen wir aus der Kategorie Grundlagen den Block Dauerhaft sowie den Befehl Pausiere 100 Millisekunden und drittens aus der Kategorie Funk den Befehl Sende Zahl. Wir setzen alles wie im Bild zu sehen zusammen. Da der Calliope sehr schnell funkt, ändern wir die Pause von 100 Millisekunden, also einer Zehntel Sekunde, auf 5 Sekunden, also 5000 Millisekunden. Da wir nicht die ganze Zeit eine 0 senden möchten, sondern den Wert der Lichtstärke, wählen wir aus der Kategorie Eingabe den Block Lichtstärke aus, der eine Zahl liefert, und zielen ihn auf die 0 im Block Sende Zahl. Der Calliope sendet nun dauerhaft alle 5 Sekunden den Wert des Lichtstärke- oder auch Helligkeitssensors an die Gruppe 0. Dieses Programm laden wir nun auf den Calliope Mini, der die Helligkeit messen und den Wert senden soll, herunter. Zum Programmieren des Empfängers lassen wir den Block beim Start mit der Anweisung Sätze Gruppe 0 stehen, damit er die Messdaten vom ersten Calliope auch empfangen kann. Wir entfernen aber die Dauerhaftschleife, weil wir nur dann den Helligkeitswert anzeigen wollen, wenn wir auch wirklich einen Messwert empfangen. Wir wählen daher für den Empfänger in der Kategorie Funk das Ereignis Wenn Datenpaket empfangen Received Number aus und ziehen es in den Programmierbereich hinein. Es wird dann aktiv, wenn der Calliope in der gleichen Gruppe eine Nachricht mit einer Zahl empfängt. Received Number ist eine Variable, die von MakeCode automatisch angelegt wird und in der Kategorie Variablen nun auch zu finden ist. Wir können in dem Ereignis-Block Wenn Datenpaket empfangen auf Received Number klicken und die Variable umbenennen in Lichtstärke oder Helligkeit, weil dann für andere verständlicher ist, was genau für einen Messwert wir empfangen. In der Kategorie Grundlagen ziehen wir nun den Befehl Zeige Nummer 0 in den Ereignis-Block und anschließend noch aus der Kategorie Variablen den Block für die variable Helligkeit auf die 0. Das fertige Programm laden wir nun noch auf den Calliope herunter, der als Empfänger arbeiten soll. Wenn dieser nun eine Zahl aus der Gruppe 0 empfängt, zeigt er sie automatisch auf seinem Display an. Die Sensoren liefern Zahlen, die man selbst interpretieren muss, wobei 0 die niedrigste Zahl ist und ein Wert von 255 bei direktem Sonnenschein angezeigt wird. Jetzt testen wir die beiden Calliope aus, indem wir die Batteriehalter anschließen, den Sender in den Kühlschrank legen und bei geschlossener Tür beobachten, ob die Lampe im Kühlschrank denn wirklich ausgeht oder nicht, wenn man die Kühlschranktür schließt. Und siehe da, der Empfänger Calliope zeigt an, dass es im Kühlschrank wirklich dunkel ist, wenn man die Tür schließt.